Hello, ich möchte dir in meiner Reihe Gesichter hinter der Sucht heute die einzigartige und wunderbare Julia vorstellen. Und ich kann echt nur sagen, schnall dich an. Als wir dieses Interview aufgenommen haben, habe ich immer mal wieder in die Gesichter meines Teams geguckt und so ungefähr das hier gesehen. Warum? Das hörst du dir am besten jetzt selbst an. Ich heiße Julia Normandau, bin 73 Jahre alt. Ich bin jetzt Rentnerin. Ich war vorher Fotografin, Model, Chefsekretärin in großen Werbeagenturen in Hamburg und habe nebenbei immer gemodelt. Ich bin jetzt verheiratet in zweiter Ehe, seit 17 Jahren schon und habe eine Tochter, die in Kalifornien lebt. Die ist 52. Mein Mann und ich leben in Blankenese und führen ein gemütliches, schönes Leben, gehen häufig auf Reisen. Und ich lernte ihn kennen, als ich noch süchtig war. Nicht alkoholsüchtig, aber drogensüchtig. Wie ist Alkohol für dich zum Problem geworden? Also meine furchtbare Alkoholgeschichte, die fing gleich mit einem ganz schlimmen Erlebnis an. Da war ich 16. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und meine Eltern haben viel Korn und Bier getrunken. Aber muss ich dazu sagen, wir hatten viele Partys, aber die haben sich geliebt, die haben mich geliebt. Ich hatte ein richtig schönes, harmonisches Zuhause. Die haben sich auch selten gestritten. Also alles wunderbar. Aber wenn die gefeiert haben, haben sie eben auch gefeiert. Und ich kam, ich war, machte eine Lehre in Eckernförde als Fotografin. Und ich kam am Wochenende zu meinen Eltern und in einen Club zu gehen. Und da hatten meine Eltern gerade eine Party und mein Vater war angetrunken. Und ich sagte, Papi, kannst du uns nicht was mischen? Wir haben doch kein Geld, sodass wir im Auto schon vorher was trinken können. Und da hat er leider eben, weil er angetrunken war, mir eine große Colaflasche halb mit Rum und halb mit Cola gemacht. Und meine Freundin und ich haben ihn dann in Lübeck vor dem Club ganz viel davon getrunken. Und ich erinnere nur noch, dass ich in die Disco gegangen bin und komme wieder zu mir, als ich ganz brutal vergewaltigt wurde. Und ich war noch Jungfrau und das war in einem Auto. Und das gehe ich jetzt nicht näher ein, muss ich ja auch gar nicht. Aber das war mein erstes ganz, ganz furchtbares Erlebnis. Und dann habe ich danach erst mal ganz lange gar nichts getrunken. Und dann ging das also ein bisschen mit Kiffen los. Und dann bin ich, habe ich meine Fotografenlehre beendet und bin nach London direkt, weil Kleinstädte waren für mich zu nervig und langweilig. Und in London habe ich so richtig als Hippie gelebt. Und da waren natürlich erst mal nur Drogen, da spielte Alkohol noch keine Rolle. Da waren nur Drogen, Drogen, LSD ohne Ende und Feiern und Party und gemodelt habe ich auch. Und da habe ich mich in einen Surfer kennengelernt, verliebt aus Malibu, California. Die erste große Liebe meines Lebens. Und ja, wir sind dann zusammen nach Malibu. Ich bin schwanger geworden, habe ein wunderschönes Mädchen bekommen. Und dadurch, dass er auch Wellenalter war und Grass-Dealer, sind wir nach Hawaii gezogen und haben da immer an den Stränden gelebt, wo die Wellen am höchsten waren. Und das war wirklich eine wunderschöne Zeit. Mit viel schönem Gasrauchen, LSD-Trips, Mushrooms, all of it. So, dann habe ich mich von ihm getrennt, weil er so tierisch eifersüchtig war. Und dann wusste ich ja nicht, wie ich überleben sollte, weil er uns kein Geld bezahlt hat. Und dann bin ich auf Schmuggeling-Tour gegangen zwischen Hawaii und Kalifornien, habe ich Koffer voller Gras geschmuggelt und davon habe ich gelebt. Und irgendwann war da einer dabei, das war ein Undercover-Narcotic-Agent. Und dem erzählte ich dummerweise, dass ich diese Koffer schmuggel. Und er wusste, ich kenne viele Dealer. Und dann hat er mich reingelegt, er hat mich dazu gebracht, dass ich ihm Kilo Koks verkaufe. Das gehört alles mit zu der Geschichte. Und dann haben die mich verhaftet in einem Restaurant. Mein Baby hatte ich beim Dealer gelassen. Und dann hat er gesagt so, Julia, we don't want you. Wir möchten nur eine Liste von all den Dealern, die du kennst. Und dann habe ich gesagt, you can't wait until you die, you dirty motherfucker. Und ich bin zu zehn Jahren im Knast verurteilt worden in Los Angeles. Und davon habe ich zweieinhalb Jahre abgesessen. So, Gründe sind jetzt unwichtig. Und dann bin ich aber ausgewiesen worden mit meiner Tochter. Die war in den zweieinhalb Jahren bei meinem Mann. Aber der war ja immer noch Dealer. Zwar in Malibu mit einer großen Villa und alles toll. Aber da ging es eigentlich meinem Kind am aller schlechtesten, was ich erst Jahre, Jahre, Jahre später erfahren habe. So, und dann sind wir zusammen ausgewiesen worden. Und ich kam bei meinen Eltern an mit 28 und musste ganz neu mich arrangieren. Für mich war es das Schlimmste, ausgewiesen zu werden. Ich habe Amerika geliebt. Im Knast gab es viele Drogen. Es sei so wahr, ich kam mich noch ein bisschen süchtig sogar an. Und dann kam selbstverständlich, weil ich keine Leute kannte in Lübeck, kam die Suchtverlagerung. Und mit Alkohol. Zuerst habe ich im Casino Travemünde gekellnert. Da wurde noch mal getrunken, mal gefeiert und so. Und dann bin ich abgeworben worden und in der einzigen großen Diskothek in Lübeck bin ich dann Barfrau geworden. Und es lief wie die Bombe. Aber ich war es nicht gewohnt, mit den Gästen zu trinken und waren viele, viele Abstürze. So, nach drei Jahren dort habe ich mir gesagt, ich will nicht, wenn ich nicht mehr gut aussehe, dann muss ich in die Küche und Zwiebelbrote schmieren. Also habe ich eine Umschulung, bin ich zum Arbeitsamt, Umschulung zur Fremdsprachensekretärin in Hamburg, bin nach Hamburg gezogen. So, und dann meine erste Firma, Import-Export-Firma als Sekretärin, da wurde gesoffen. Da gab es morgens schon Champagner, mittwochs gab es Wodka, also mittags gab es Wodka und es war wirklich unglaublich. Und das raffe ich jetzt alles mal. Und da bin ich auch nach drei Jahren gegangen, weil da fing ich an, würde ich jetzt mal sagen, zur Alkoholikerin zu werden. Da habe ich aber noch nicht mal, doch, da habe ich viel getrunken. Und dann habe ich da aufgehört und bin angefangen bei der Tagesschau als Redaktionssekretärin. Aber die Redakteure soffen ja auch alle. Also das war verrückt. Ich habe mich aber in einen der Redakteure verliebt und ich hatte immer das große Glück, meine Männer haben nie getrunken. Die haben mich so genommen, wie ich bin. Und da bin ich nach zwei Jahren weg und dann in einer Werbeagentur. Und da war ich Chefsekretärin für drei Bosse. Und ja, und da wurde gekokst und gesoffen, bis der Arzt kommt. Also wirklich. Und das ist unglaublich. Da war mir die Sucht vollkommen entglitten. Also ich konnte nicht mehr funktionieren ohne Alkohol. Also das heißt, dass ich morgens aufstand und eine Flasche Champagner getrunken habe. Ich hatte die Schlüssel. Ich war auch die Eventmanagerin neben Chefsekretärin für all die Feiern und Feste. Und ich hatte den Schlüssel zu all den Getränken und die Bestellung. Und natürlich wurde dort nur exzellente Weine und Champagner getrunken. Es gab nur vom Feinsten. Und dann habe ich zu Hause also zum Frühstück schon eine Flasche Champagner gemischt mit Orangensaft, damit ich das schneller runterkriege. Das war natürlich zu schnell, dass ich das alles wieder auskotzen musste. Und ich vergesse nie den Anblick, wenn ich dann vom Waschbecken hochkam und in den Spiegel guckte und sah mein aufgedunsenes, rotes Gesicht, die verweinten Augen und habe mich gehasst. Und das ist das Wichtige. Ich habe mich gehasst, wenn du süchtig und abhängig bist. Du hast dich dermaßen. Du verlierst deine Mitte und bist verloren. Und du kaum weißt nicht, wie du da rauskommst. Dann habe ich mich also wieder nach dem Übergeben hergerichtet, Make-up auf, Krönchen aufgesetzt, Taxi bestellt, weil ich zu breit war, um mit dem Bus zur Arbeit zu fahren. Und dann habe ich gearbeitet und dann gegen 11 Uhr, dann ging diese Champagner-Dröhnung aus dem Körper, dann bin ich mit dem Schlüssel in den fünften Stock gefahren. Das gehörte das Zimmer dem Besitzer der Agentur, der immer in Frankreich war. Und da war natürlich der ganze Schnaps- und Weinvorrat. Dann habe ich erst mal einen dreifachen Gin Tonic getrunken oder Wodka, whatever. Und dann bin ich wieder runter und habe meine Arbeit verrichtet. Ich war eine gute Arbeiterin, keiner hat mir das, keiner hat das gewusst. Und dann gingen wir zum Lunch mit einer Clique in die schönsten Restaurants da an der Alster und haben Wein getrunken ohne Ende, wieder zurück zur Arbeit, weitergearbeitet. Mich hat nie jemand angesprochen, nie. Und von wegen Fahne oder so, solange man die Arbeit gut macht und gut aussah. Ich war immer gepflegt, so war das auch übrigens mit den Drogen. Wenn man mir meine Sucht ansah, dann habe ich die Reißleine gezogen, weil ich wollte einfach immer gut aussehen. Und mit dem Alkohol war es dann, ja, da war es eben nicht ähnlich. Da ging es weiter. Da gab es nichts mit Reißleinen. Und auch man sah es mir nicht an, auch auf alten Bilder nicht. Jedenfalls, als ich dann einmal abends eine ganze Flasche Wein so bewusst alleine getrunken hatte, also das war noch vorher, das war also vor dieser Eskalation, da wusste ich so, Julia, jetzt hast du ein großes Problem. Und dann habe ich angefangen, verschiedene Psychiater aufzusuchen, insgesamt neun. Ich habe es mir gemerkt, habe gesagt, ich habe ein großes Alkoholproblem. Bin natürlich nach der Agenturarbeit da hingegangen, gut gestylt, schön geschminkt, dass die mir eigentlich alle nicht glaubten, ja, sie trinken mein Glas Champagner zu viel, aber sie haben doch sicherlich kein Alkoholproblem. Und gehen Sie erst mal zu den anonymen Alkoholikern. Na klar, da war ich zweimal, aber dieser negativen Haufen von Menschen, das ging gar nicht, also das ging für mich überhaupt nicht. Also war ich völlig verzweifelt, völlig verzweifelt. Wenn ich abends mit dem Bus am Hauptbahnhof in Hamburg nach Hause fuhr, nach Eppendorf und am Bahnhof vorbei, da sah ich die ganzen Penner da liegen und die Junkies. Und da habe ich gesagt, und ich war natürlich betrunken, angetrunken. Dann dachte ich mir, Julia, da wirst du liegen, wenn du das jetzt nicht in den Griff kriegst. Aber wer soll dir noch helfen? Du schaffst es ja nicht. Kein Psychiater will dir helfen, kein Therapeut. Und dann kam das große Wunder. Und ich glaube an Wunder. Und alle sollten an Wunder glauben. Da sitze ich in der Agentur in meinem Zimmer und eine kreative Kompil-Termin bei meinem Chef. Und der Alkohol ging gerade aus meinem Körper raus und ich war komplett unsicher. Ich konnte ihr gar nicht in die Augen gucken. Und dann mache ich den Termin mit ihr und als sie in der Tür steht, dreht sie sich um und sagt, Julia, ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber dir steht die Scheiße ja bis hier. Und ich musste weggucken, weil ich sofort fast in Tränen ausgebrochen wäre. Und sagt sie, ich habe da was für dich. Und dann ging sie weg, kam wieder und hatte einen Flyer von einem amerikanischen Indianer, der Seminare gibt in Hamburg. Und der dir hilft im Leben, deine Ziele schneller zu erreichen. Aber er hat auch die Fähigkeit, Leute von Krankheiten zu befreien. Der hatte eine besondere Magic. Und das habe ich wie ein Strohhalm genommen, so. Und das war im Februar und im Juli, am 20. Juli 1992 fing das Seminar an, drei Tage, wo man abends immer nach Hause musste. Und ich habe zugesehen, dass kein... Und bis dahin habe ich sowas von Gas gegeben. Ich habe gesoffen, als gäbe es keinen Morgen. Und weil ich ja immer dachte, danach hört der Spaß auf und mein Leben wird langweilig und öde. Ich musste auch dazu sagen, dass ich anfangs nie ausgetrunken habe, weil es mir schlecht ging. Sondern ich wollte immer noch einen draufsetzen, wenn es mir gut ging. Ich bin Skorpion und sehr exzessiv sowieso. Und immer noch einen drauf und noch einen drauf. Und anfangs war es auch Spaß, bis es dann kippte in die Abhängigkeit und es kein Spaß mehr war. Wann ist dir dein Alkoholproblem bewusst geworden? Mir ist bewusst geworden, dass ich ein Alkoholproblem habe, an dem Abend, als ich diese Flasche Wein alleine... Also ich schrieb Briefe, damals schrieb man noch Briefe. Und da habe ich eine ganze Flasche Wein alleine getrunken. Und da habe ich gedacht, wow, das geht ja gar nicht. Eine Flasche Wein, was ist denn mit dir los? Und unter mir im Haus wohnte ein Psychiater. Und da bin ich runter und habe bei dem Sturm geklingelt. Ich sage, du musst mir helfen, du musst mir helfen, ich habe ein Alkoholproblem. Und er hat sich auch erst mal totgelacht, als ich sagte, ich habe eine Flasche Wein nur getrunken. Aber seitdem war mir bewusst, es ist ein Problem. Und dann, als ich auch merkte, das ging ja schon los, als ich in der Diskothek in Lübeck arbeitete, dass ich morgens zum Funktionieren ein Alsterwasser brauchte oder ein Glas Wein. Und also das war, aber da war es mir noch nicht richtig bewusst. Das kam eben erst nach dieser einen Flasche Wein. Und dann ging es eben gradually immer weiter. Was war deine krasseste Situation mit Alkohol? Ich war mit Freunden aus London und Kalifornien und meine Tochter kam dazu. Wir waren in Big Sur, Kalifornien. Wunderschönes Restaurant, ganz, ganz toll. Und wir sitzen da und essen. Und ich weiß nicht mehr, wie es zu dem Thema kam. Da war meine Tochter 27, das weiß ich noch ganz genau. Und sie erzählte meinen besten Freunden, sagte sie, ja, in Mamis Trinkzeit, da war ich jetzt schon länger trocken, in Mamis Trinkzeit, da bin ich mal nachts ins Bad gegangen und mein Blick ging nach links, weil so komische Geräusche aus der Küche kamen, die Tür war offen und da lag Mami auf dem Tisch und hat sich vögeln lassen von irgendeinem Typen. Und das musste ich sehen. Also als sie das am Tisch sagte, ich habe natürlich null Memory, null, null, null. Da bin ich, musste ich das Restaurant verlassen und draußen erst mal ganz schlimm durchatmen. Sie hat mit mir dann darüber nicht weiter geredet, aber alleine das Wissen, dass ich so eine schlampe, gewissenslose Schlampe war, das war für mich furchtbar. Das war für mich das schlimmste Erlebnis. Ansonsten habe ich ganz viel Glück gehabt. Die Vergewaltigung war ja schon schlimm. Dann diese Nummer mit meiner Tochter, die übrigens immer leiser wurde, je mehr ich trank, desto leiser sprach sie, um eigentlich von mir gehört zu werden. Unser Verhältnis war sehr, 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 sehr schwierig. Und wir hatten lange miteinander zu kämpfen. Aber jetzt ist es gut. Inzwischen. Ja, also der Entschluss nach der Flasche, nach der einen Flasche war mir klar, das könnte ein Problem sein oder ich habe ein Problem. Ich bin ja von da an, nach dieser einen Flasche, war ich immer zu den Psychiatern gegangen. Und da wusste ich, ich wollte immer die ganze Zeit aufhören. Ich wollte die ganze Zeit aufhören, dann habe ich es aber nie geschafft. Bis zu, also das war nicht so ein Entschluss, morgen höre ich auf, sondern ich wollte die ganze Zeit aufhören, weil ich frei sein wollte von der Sucht. Ich wollte frei sein. Und man ist ja nicht frei. Wir sind doch gefangen, wenn wir süchtig sind. Ja, und dann kam der Indianer. Und dann bin ich auf seine, barfuß auf seine Hände gestiegen und er hat irgendwas Indianisches gemurmelt. Dann kam er hoch und hat seine Hand auf meinen Bauch gelegt und kam hoch und noch was gemurmelt. Und mir, wie Wasserfälle, gab es aus meinen Augen raus. Und gezittert habe ich, wie man das in den Filmen immer sieht. Dann stand er auf, legte mir seine Hand auf die Schulter und sagte, Julia, you are healed now. I took all of your self-destruction out of your body and fed you with positive energy. Und ich habe ihm geglaubt. Und ich habe an dem Tag an, 23. Juli 1992, nie wieder das Bedürfnis gehabt zu trinken. Ich habe vermieden, Partys vermieden und zu Hause Alkohol zu haben aus lauter Vorsicht. Aber bis ich dann gewagt habe, in Restaurants mit Freunden zu gehen, die getrunken haben, und das interessierte mich schlichtweg nicht mehr. Es war ein Wundergeschehen. Ich war dann zwei Jahre trocken und völlig clean. Aber dann wurde ich rückfällig mit Koks und Codeintabletten. Also ganz ziemlich schlimm natürlich, weil ich so ein Suchtmensch bin. Und dann war er wieder in der Stadt, hat Seminare gegeben und ein meiner Untermieter ging zu seinem Seminar. Natürlich habe ich allen Leuten von ihm vorgeschwärmt. Und dann habe ich einen Brief mitgegeben für den Indianer und habe ihn gebeten, ob er mich nicht so sehen könnte. Jetzt hätte ich einen Druckenbuch. Und er hat mich tatsächlich angerufen. Und dann hat er mich in sein Hotel gebeten. Und dann hat er mit mir the same procedure gemacht, also ähnlich. Und hatte immer seine Hände an meinem Fußende und die Energien wieder die Stimme rausgezogen. Und ich merkte, ich hatte eine Fratze im Gesicht. Ich spürte meine Dämonen, die spürte ich. Und er musste immer wieder ins Badezimmer gehen, um sich zu übergeben, weil er den ganzen Scheiß rausgezogen hat. Und dann sagte er am Ende, Julia, ich weiß nicht, ob ich dir diesmal helfen konnte, denn du magst Drogen noch viel zu sehr. Und sagte er, ich konnte dir helfen mit dem Alkohol, weil du mit jeder Faser deines Seins aufhören wolltest zu trinken. Und das stimmt auch. Sagt er, we had a deliverance together. You met me at the right time. Und deshalb könnte ich auch nicht jedem Alkoholiker helfen. Aber du wolltest nur das, und zwar aufhören zu trinken. Und deshalb hat das funktioniert. Und mit den Drogen hat es nicht geklappt. Ich hatte immer wieder, also ich habe ganz viel MDMA, Ecstasy. Ich hatte ein Zimmer immer untervermietet an Models oder Herren, Make-up-Artisten. Und es war Feiern angesagt ohne Ende. Und habe aber immer gearbeitet. Später nach der Werbeagentur als Chefsekretärin für den Leberpapst am Uniklinik Hamburg. Und für den Direktor der Lebertransplantation. Und ich kam manchmal, der Dealer brachte mit dem Taxi mir Heroin und Koks zur Arbeit. Und ich bin vom Professor ins Badezimmer und habe mir Lines gezogen, damit ich den Tag überstehe. Und ich wurde nur immer dünner, dünner. Ich habe dann bei 1,76, 49 Kilo gewogen zum Schluss. Aber keiner der Ärzte, keinem der Ärzte ist es aufgefallen, weil ich ja immer noch funktionierte. Und dann bin ich, naja, dann wurde das, ich wurde zu dünn und es war einfach zu schlimm. Und dann bin ich, habe ich mich selbst eingewiesen in eine Klinik. Und habe Entzug gemacht und dann eine Woche und dann nochmal drei Monate richtig eine Reha, eine Drogenreha. Und habe es sieben Jahre geschafft, danach clean zu bleiben. Mein Arbeitsplatz wurde mir immer erhalten. Und dann kam eines Tages, da hatte ich eine schlimme Migräne, jemand und gab mir eine Kodin-Tablette. Und dann war der Schalter wieder umgesprungen und sofort erinnerte sich mein Körper an diese sanfte, schöne, angenehme Brise. Und das war es. Dann wurde ich mega rückfällig auf dieser Kodin-Tablette. Und dann bin ich wieder nach Ochsenzoll. Das ist eine Klinik in Hamburg für Entzüge. Und dann wollten sie mich da entlassen, für den Rest meines Lebens mir Subotex verschreiben. Das ist so wie Methadon. Und das habe ich auch, nee, das habe ich abgelehnt. Und dann habe ich es drei Monate ohne alles ausgehalten. Aber bevor ich zurück zum Hauptbahnhof und mir Heroin kaufte, habe ich mich wieder einweisen lassen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann nehme ich eben den Rest meines Lebens, diese Ersatzdroge. Und das ist bei mir ganz witzig. Das passiert mir irgendwann im Haushalt. Dann war ich am Saubermachen und plötzlich dachte ich, nee, Julia, wer bist du eigentlich? Wer bist du? Du kannst nicht mehr richtig weinen bei traurigen Filmen. Du hast deine natürliche Lache verloren. Beim Sex hatte ich immer weniger Spaß. Es war alles nur noch scheiße. Außer, dass ich immer happy eingelullt war. Mein Mann, der Zweite, der hat das alles mitgemacht. Das werde ich ihm auch nie vergessen. Ich bin ihm so, so dankbar. Ein Mann, der war Standortkommandant beim Militär. Ein richtiger Kerl. Der hat mich in Uniform im Entzug von Ochsenzoll besucht. Ein ganz toller Mann. Und dann habe ich Subotex zwei Jahre genommen und dann hatte ich eben das gleiche Erlebnis, dass ich das alles nicht mehr wollte und habe davon auch einen Entzug gemacht. Und dann, da war ich 61 Jahre alt. Und seitdem bin ich clean, bis auf einen einzigen Rückfall vor zwei Jahren. Da ging es mir nicht so gut und irgendwie kam ich an diesen furchtbaren Oxycodon ran, ganz gefährlich. Und da habe ich eine Woche jeden Tag eine genommen und der Entzug war die Hölle. Die Hölle, die Hölle. Ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Und dann habe ich gemacht, was mir immer hilft, das in die Welt rauszuschreien. Ich habe das auf Facebook gepostet. The old Julia is gone, the craving is back und ich bin in einer richtigen beschissenen Situation und habe das richtig rausgeschrien. Und aus aller Welt, ich habe Freunde in der ganzen Welt, ich habe so viel Support bekommen, so viel unglaublichen Support. Julia, geh zu den Narcotics Anonymous, geh morgen hin, such dir eine Gruppe, mach dies, mach das. Da bin ich am nächsten Tag in Hamburg in der Schanze zu den NAs gegangen, Narcotics Anonymous, und saß da zwischen den Local Junkies. Da war ich 71. Und das war für mich die Heilung. Da habe ich die Gruppe mitgemacht. Und dann habe ich mir anschließend gesagt, nein, da bist du nie wieder hin. Du hast schon viel zu viel geschafft in deinem Leben. Und seitdem bin ich total clean in jeder Beziehung. Und liebe das Leben. Das Schlimmste ist ja an der Sucht der Selbsthass. Der ist ja das Allerschlimmste. Und es hat lange gedauert, dass ich mich wieder selber lieben konnte und jetzt zurückgeben kann an meine Freunde, an meinen Mann, an mein Kind und das Leben liebe. Ja, und das Schönste daran, dass ich endlich frei bin, dass ich nichts brauche, wenn ich morgens aufstehe, um gesund zu sein. Was sind deine größten Aha-Erlebnisse? Dass ich, ja auch, dass ich ja doch noch Spaß habe am Leben. Das ist gar nicht langweilig ohne Alkohol. Dass ich immer noch auf, ich war mit meinem Mann bei den Rolling Stones vor zwei Jahren oder wann immer die hier waren. Und ich war auf vielen Konzerten seitdem, ohne high zu sein oder ohne betrunken zu sein. Und dass das eben auch geht, dass ich auch durch meine Art, dass ich mich wieder liebe, dass der Spaß nicht weg ist. Das war alles falsch mit Alkohol, das war alles falsch. It wasn't me. Und ja, das ist für mich insgesamt das Aha-Erlebnis, dass das alles noch funktioniert und dass ich Menschen motivieren kann. In meinem Umfeld helfe ich auch vielen, wo ich merke, die haben ein Alkoholproblem. Mit denen kann ich gut arbeiten und das bringt mir Spaß. Wie lautet dein bester Tipp für alle, die aufhören wollen? Such so lange, bis du den richtigen Therapeuten hast, der zu dir passt. Ich habe einen ganz tollen damals gefunden und der war wirklich mein Lifesaver. Und er hat immer gesagt zu mir, du musst es selbst machen, aber nicht alleine. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr euch einen Therapeuten sucht, um euch zu helfen, die Straße entlang zu gehen. Und dann dürft ihr niemals, niemals in die Opferrolle gehen. Das war bei mir ganz groß. Ach, ich arme und das war schuld, dies war schuld. Nein, es ist, ihr seid verantwortlich für euer Leben und ihr seid stärker, als ihr denkt. Ihr seid viel stärker, als ihr denkt. Und ihr schafft das, glaubt an euch. Und befasst es, entsteht ja ein Loch, wenn ihr aufhört zu trinken. Findet etwas, womit ihr das Loch stopfen könnt. Findet eure Kreativität heraus. Also bei mir war es durch den Indianer Spiritualität, das hat mich vorher weniger interessiert. Aber danach, jetzt besuche ich Seminare von verschiedenen Frauen, die mir gefallen. Byron Katie, Louis Haye und ja, müsst ihr selber gucken. Und aber dieses Seminare besuchen war immer jedes Mal ein Kick für mich. Ich bin gewachsen als Mensch. Und dieses Mehrwissen, diese Gier nach Wissen, dass die in euch wieder wächst. Das Alkohol immer unwichtiger und unwichtiger, weil ihr entdeckt, dass ihr ein ganz toller Mensch seid. Und ihr auch viel geben könnt. Also das rate ich jedem erdeckt und glaubt an euch. Gib Julia auf jeden Fall einen Daumen hoch und abonniere auf jeden Fall diesen Kanal hier. Hier gibt es in Zukunft noch mehr Gesichter, noch mehr Geschichten von Menschen, die zeigen, es geht. Du kannst die Sucht überwinden. Alles Liebe, danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Musik 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 Musik